Der Omron WalkingStyle 4 Der Omron Schrittzähler WalkingStyle 4 ist zwar vergleichsweise hochpreisig, aber dennoch erschwinglich für jedermann. Im Gegensatz zu einfachen Schrittzählern bietet er einige zusätzliche nützliche Funktionen. Mit dem eingebauten 3D-Sensor erfasst er ihre Aktivitäten besonders präzise. Das Gerät erinnert Sie an Ihr Tagesziel von 10.000 Schritten und zählt auch Ihre aeroben Schritte beim schnellen Gehen. Der Action-Modus ermöglicht die Erfassung spezieller Aktivitäten wie Sportaktivitäten, Wanderungen oder Spaziergänge, die separat vom täglichen Gesamtergebnis protokolliert werden. Eine clevere Funktion ist der Batteriespar-Modus, der nach 5 Minuten automatisch abschaltet, aber dennoch alle Aktivitäten erfasst. Zudem verfügt der Schrittzähler über einen 7-Tage-Speicher, um Ihre Fortschritte täglich zu verfolgen. Fazit Der Omron Schrittzähler WalkingStyle 4 bietet präzise Aktivitätserfassung und nützliche Zusatzfunktionen. Obwohl etwas teurer ist, der dennoch preislich erschwinglich und lohnt sich für diejenigen, die ihre Aktivitäten im Alltag verfolgen und ihre Ziele erreichen möchten. Mit dem 7-Tage-Speicher behalten Sie Ihre Fortschritte im Blick und der Batteriespar-Modus sorgt für eine längere Batterielaufzeit. Insgesamt eine clevere Wahl für eine gesunde und aktive Lebensweise. Noch nicht überzeugt? Dann schau Dir gerne noch dieses Video an. 2. 3. 7. 10. 10.